Erwin Angerer, der freiheitliche Bürgermeister der kleinen Gemeinde, Mühldorf an der Trau. Frau Präsidentin, Frau Staatssekretär, Hohes Haus, geschätzte Damen und Herren, aber vor allem geschätzte Initiatoren dieses Volksbegehren Kaufregionales, war der Eduard Ecker, der Andreas Baldi, der René Günther Moos, der Nicole Schick und der Johann Neubauer, die sich das angetan haben. Und 145.000 Menschen haben dieses Volksbegehren unterstützt. Und was erwarten sich diese 145.000 Menschen jetzt und was tut die Politik? Das driftet etwas auseinander, weil diese Menschen haben ein gutes Gespür. Die spüren, da stimmt was nicht am Markt und die wollen, dass die Politik hier eingreift. Was tut die Politik? Wenn ich jetzt den Reden gelauscht habe von der ÖVP, Sie sind ja eher desinteressiert an diesem Thema, wie man sieht, es ist nachvollziehbar, war die Aussage von Herrn Kollegen von der ÖVP, jeder selbst kann dazu beitragen durch seinen Einkauf. Die Neos haben gemeint, das kann man nur international lösen, die Grünen interessiert sowieso nicht. Also es ist ein Abschieben der Verantwortung, es ist ein Abschieben eurer Verantwortung, es ist ein Abschieben eurer Verantwortung. Ihr wollt nichts tun, ihr seid die Konzernvertreter und ihr bleibt die Konzernvertreter in diesem Land. Und diese Politik ist ja eine Folge eurer Politik aus den letzten Jahren. Die Nahversorger in unseren Städten, in unseren Gemeinden haben wir alle schon zugesperrt. Egal ob es der Bäcker ist, ob es der Fleischer ist, ob es die Kaufhäuser sind, die Klaren und Mittelbetriebe, wir haben ja schon alle zugesperrt. Wir haben Einkaufszentren auf der grünen Wiese produziert. Das war eine falsche Politik der Raumordnung. Der Zentralismus ist vorangetrieben worden von allen Parteien, von den Roten, von den Schwarzen, von den Grünen. Geiz ist geil, Mentalität. Internetkonzerne waren die großen Gewinner in der Krise. Das ist Politik hausgemacht und das sind eure Fehler aus der Vergangenheit. Und in der Landwirtschaft schaut es gleich aus. Was habt ihr in der Landwirtschaft sagen gebraucht? Die Bauernpartei. Lieber Ober- und Ostra-Gravirel, was habt ihr bei den Bauern sagen gebraucht? Wir haben in den letzten 30 Jahren die Hälfte der Bauern verloren. Und wenn ich mir die Mühlen anschaue, bei den Mühlen ist es noch schlimmer. 1945 haben wir 4.500 Mühlen gehabt, 1995 bei der EU-Beitritt 300 Mühlen und heute sind es noch 50 in Österreich. Und uns wird nicht nur das Gas ausgehen, uns wird auch das Getreide ausgehen und das Mehl. Und deswegen haben wir in unserer Gemeinde einen Kornspeicher eingerichtet und Mehl angekauft für unsere Gemeinde. In der EU-Leute sollte es noch denken, euch wird am Schluss das Gas ausgehen und am Schluss wird das Essen auch noch ausgehen für die Leute. Das ist eure verfehlte Politik, eine zentralistische Politik, eine zentralistische Konzernpolitik. Und euch sind die Interessen dieses Volksbegehren und dieser Menschen egal. Das hat man aus euren Reden gesehen und das spüren sie auch, weil sie haben ja in ihrer Stellungnahme das auch entsprechend kundgetan, dass die NEOS, die ÖVP und die Grünen es nicht verstanden haben. Dankeschön. 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 Dankeschön.